Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn die Routen beschrieben sind, dann steht ganz klar, man soll auch im Hochsommer noch auf die absolute beste Wetterphase warten, plus man muss dann auch noch vorbereitet sein, dass es immer noch kalt ist, weil es so nordseitig ist, mit viel Wind und Nebel und so. Mich hätte es gereizt, mal einen Schritt weiter zu gehen und jetzt probiere ich das mal im Winter zu klettern, ob das überhaupt möglich ist. Musik 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 Javala! Geil! Geil! Geil!